Der nächste Redner, Herr Schöneborn. Sonneborn, bitte. Thanks, Chair. Kanzler Scholz hat am Wochenende seinen Sonntagstee mit korrupten Bankern abgesagt, Außenministerin Baerbock ihre Termine mit Visagist und Logopädin. Beide sind lieber für den Kampf gegen rechts auf die Straße gegangen. LOL. Dabei ist die Ampelregierung doch die eigentliche Geheimwaffe der AfD. Das AfD, Gasumlage, Heizungsgesetz, Kerosinsteuer, Bauernopfer in Berlin regiert bornierter Unverstand zulasten derjenigen, die es sich am wenigsten leisten können. Selbstverständlich bin ich dafür, die dämliche AfD in Deutschland zu verbieten. Aus Gründen der Demokratiepflege fordere ich aber ein gleichzeitiges Verbot von Grünen, CDU, SPD, CSU und FDP, insbesondere von Frau Strack-Rheinmetall. Am dringlichsten wäre natürlich das europaweite Verbot von Kommissionspräsidentin von der M. Leyen. Mit immer irrwitzigeren Schachzügen und ohne Rücksicht auf demokratische Verfahren oder internationale Rechtsgrundsätze hat sie die Europäische Union in den wirtschaftlichen, geopolitischen und moralphilosophischen Ruin getrieben. Wir fordern ihre Remigration aufs Altenteil, und zwar flott. Vielen Dank fürs Überziehen lassen. Vielen Dank fürs bisexual. Juska, viel Erfolg. Vkuska, viel Erfolg.